Musik Heute ist eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocaust, mein Gast. Bei mir ist Ruth Gröne. Sie hat als Fünfjährige die Reichspogrom nachher erlebt, hat ihre Kindheit in Judenhäusern verbringen müssen, Großeltern und Vater im KZ verloren. Darüber haben wir in dem ersten Teil unserer Sendung gegen das Vergessen gesprochen. Heute geht es um die Erinnerung an das KZ Alem. Dass diese schreckliche Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät, das ist das Verdienst von Ruth Gröne und des Arbeitskreises Bürger gestalten ein Mahnmal. Frau Gröne, es hat ja ganz lange gedauert, bis die Bevölkerung in und um Hannover überhaupt sich mit dem KZ Alem befasst hat. Erzählen Sie uns doch einfach mal, weil es viele Menschen gar nicht wissen, was war denn dieses KZ Alem eigentlich? Ja, es war ja so, dass zu Ende des Krieges, also 1944, wollten ja die Nazis noch den Krieg gewinnen. Aber jede Nacht durch die Bombenangriffe wurden eben die Produktionsstätten hier in Hannover beschädigt. Das war die Maschinenfabrik Hannover, das war die Kontinentale. Und da haben sie nach Möglichkeiten gesucht, die Produktion unterirdisch zu verlagern. Das ist in Deutschland an verschiedenen Stellen passiert, aber unter anderem hat man sich erinnert an die Asphaltstollen in Alem. Die haben schon über 100 Jahre früher, wurde Asphalt dort gefördert. Diese Städten waren nicht mehr ergiebig genug, sodass die Stollen voll Wasser gelaufen waren. Man hat das ausgepumpt, man hat Sprengmeister geholt, natürlich Deutsche, die das kontrolliert haben. Man hat Sprengungen vorgenommen. Nun brauchte man Leute, die das gesprengte Gestein nach draußen befördern. Man musste ja die Gänge erweitern, vertiefen. Und es waren schon jüdische Männer an die Tausend aus Lodz, das ist Litzmannstadt in Polen, nach Hannover deportiert worden. Sie waren vorher aus ihrer Heimatstadt Litzmannstadt oder Lodz nach Auschwitz deportiert worden mit ihren Familien. Sie selber waren junge, einigermaßen noch bei Kräften junge Männer, die hierher gekommen waren, um bei der Kontinental in der Reifenproduktion, in der Gummiproduktion zu arbeiten. Dann hat man diese ungefähr tausend Leute nach Alem gebracht. Die mussten zum Teil noch ihre Baracken selber aufbauen. Und hat sie dann in den unterirdischen Stollen diese schwere Arbeit verrichten lassen, bei wenig Essen, bei unzulänglicher Kleidung. Sanitäre Anlagen waren so gut wie gar nicht. Es war ja Winter. Das, was vorhin war, war durch Eis und Schnee nicht mehr brauchbar. Und die Sterblichkeit war natürlich sehr hoch. Was denen zukam, waren noch brutale Übergriffe der sogenannten Kapos. Das waren oftmals Kriminelle, die den Nazis sozusagen als Aufsichtspersonen oder als Hilfskraft dienen mussten. Die waren oft sehr brutal, weil sie auch selber viel Brutalität erfahren hatten. So ist in dem KZ gemordet worden, mit Todespritzen gearbeitet worden, im Revier sind Menschen abgespritzt worden, mit der Schaufel erschlagen, mit Wasserbottichen ertränkt. Also es gibt die grausamsten Berichte der noch der Überlebenden, denn es hat Überlebende gegeben. Sie selber haben ja ganz in der Nähe dieses KZs auch in den Astfallstollen Zuflucht gesucht, in den letzten Kriegstagen vor den Brunnenangriffen. Wie war das? Warum sind Sie da hingegangen? Und dann später, wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, was da neben Ihnen vor sich ging? Naja, also Hannover wurde ja Tag und Nacht bombardiert in den letzten Kriegsmonaten. Und man war sich nirgends sicher. Ich persönlich als jüdisches Kind durfte eigentlich keinen Luftschutzkeller aufsuchen. Aber meine Mutter hat gesagt, ehe wir jetzt im Keller des Judenhauses umkommen, ist es egal, wenn Sie uns erwischen, wenn wir denunziert werden, dass wir in diese Asphaltstollen gingen. Denn die Asphaltstollen waren, ein Teil dieser Asphaltstollen waren freigegeben für die Zivilbevölkerung als Bunker. Denn in der Nähe war kein Bunker und da hat man also diese Asphaltstollen für die Zivilbevölkerung freigegeben. Wir sind dort hingegangen, wir haben am Anfang nur die Nächte dort zugebracht, weil ja hauptsächlich nachts bombardiert wurde, aber nachher auch am Tage. Und ich habe also die gefangenen KZler gesehen. Ich habe nicht die Baracken gesehen, weil die oberhalb lagen, es war ein hügeliges Gelände. Da hatten wir keine Einsicht. Aber in den tiefer gelegenen Arealen, wo das Gestein aus dem Stollen raus, auf Lohren und auf Schienen rausgeschoben wurde, zum Teil per Hand, dass mehrere so eine schwere Lohre rausschieben musste, was sehr gefährlich war und auch sehr schwer. Und sie haben die Lohren abgekippt und sind dann mit den leeren Lohren wieder zurückgegangen. Es soll auch Mechanik gegeben haben, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur diese ausgemergelten und fast verhungerten Gefangenen gesehen, die Holzpantinen an hatten, um die Füße so Lappen gewickelt, sehr, sehr abgemagert, sehr, sehr dünn in diesen dünnen gestreiften Drilliganzügen und das, wie gesagt, im Winter. Und ich habe an meinen Vater gedacht, ob es ihm wohl auch so geht, denn ich wusste, dass er in einem Konzentrationslager ist. Und das war ja auch ein Konzentrationslager. Würde er auch so leben, würde er auch so aussehen? Und ich habe mal zu Hause, wir hatten sehr, sehr wenig Lebensmittel und Brot war eine Rarität. Ich habe mal meiner Mutter aus der Brotdose ein Stück Brot gestohlen, kann man sagen, habe es heimlich mitgenommen. Und an der Seite, wo der Zaun war, es gab natürlich um das Lager herum einen Zaun, der elektrisch geladen war. Aber der Zaun zwischen dieser, wo man die Gefangenen arbeiten sehen konnte und unserem Eingang zum Stollen, war nur ein einfacher Maschendrahtzaun. Und ich habe durch diesen Zaun das Brot in eine Schubkarre geworfen. Ich habe später mal gehört, ich will nicht sagen, dass das einen Zusammenhang hatte, aber mir hat ein Überlebender erzählt, der Moschel-Mizinski, dass ihm genau das passiert ist, dass er in einer Schubkarre Brot gefunden hat. Könnte ihr es sein? Und Sie haben dabei auch ein wenig daran gedacht? Das weiß ich nicht. Dass jemand Ihrem Vater auch ein Stück Brot gibt? Ja, aus Mitleid und aus einer Emotion, man kann das eigentlich gar nicht beschreiben. Denn wir hatten ja auch Angst. Wir hatten Angst, erwischt zu werden. Wir hatten Angst, dass wir durch Bomben umkommen. Wir haben auch Angst gehabt vor der Befreiung. Wir haben damit gerechnet, der Krieg geht zu Ende. Wir werden befreit durch Amerikaner oder Engländer. Was wird passieren? Werden uns die Nazis noch vorher umbringen? Es war eine sehr, sehr schwierige und angstvolle Zeit. Sie haben die Befreiung durch die Amerikaner denn erlebt? Sie waren gerade im Asphaltstollen. Was ist da passiert? Wie haben Sie es erlebt? Wir haben ja die letzten Tage Tag und Nacht dort gelebt. Wir sind nur mal kurz am Tage nach Hause gerannt, kann man sagen, um uns zu Hause ein bisschen was zu essen. Denn Steine kann man nicht essen, um uns irgendwie ein bisschen was zu essen zu holen. Wir haben zu Hause mal ein paar Kartoffeln gekocht. Auch das war sehr schwierig. Das Gas funktionierte nicht. Brennmaterial für den Ofen hatten wir kaum. Aber wir haben es fertig gebracht, die Kartoffeln gar zu kochen. Wir haben nicht mal zu Hause Zeit gehabt, sie dort zu essen. Wir haben sie in ein Tuch eingeschlagen, sind schnell wieder in den Bunker gelaufen. Also wir haben es mal auf der Uhr nachgeguckt. Wir haben so siebeneinhalb bis acht Minuten gebraucht, im Dauerlauf da hochzulaufen. Und wir haben dann in Ruhe im Stollen die gekochten Kartoffeln gegessen. Und dann kamen eines Tages doch die Amerikaner. Ja, und es spitzte sich ja immer mehr zu. Wir hatten keinen, wir durften kein Radio haben. Aber die anderen hatten Radios, diese sogenannten Volksempfänger. Und es wurde natürlich erzählt. Und die Front kam immer näher. Und wir hatten Luftschutzwarte, die uns schon gesagt hatten, wie wir uns zu verhalten haben, wenn die Situation kommt, dass also die Panzer einrücken in Hannover. Sie kamen über Harenberg, Alem. Und eines Tages war es soweit. Wir wurden angewiesen, Ruhe zu halten. Die Luftschutzwarte hatten weiße Bettlaken vor dem Bunker gehängt. Das war ein Zeichen, wir ergeben uns, ohne dass wir uns wehren. Ja, und dann ist es passiert. Also, dann kamen plötzlich Soldaten immer zu zweit. Sie hatten sich so zusammengestellt, dass sie Rücken an Rücken gingen und hatten in der Hand das Gewehr im Anschlag, weil sie vermuteten, Widerstand zu erfahren durch noch deutsche Soldaten. Oder es gab ja auch ältere Menschen, die nicht mehr an die Front kamen, aber dann in der Heimatfront auch Widerstand leisten sollten. Das war nicht der Fall. Sie haben auch nach Munition gesucht. Sie haben keine gefunden. Und nach einigen Stunden hieß es dann, ihr könnt nach Hause gehen, für euch ist der Krieg zu Ende. Der Bunker ist freigegeben. Und meine Mutter packte noch die wenigen Sachen. Wir hatten ja noch Decken und wir hatten ja ein Bett da oben aufgestellt, wo wir nachts drin schliefen, so ein schmales Luftschutzbett. Die packte noch Sachen zusammen, aber ich war neugierig und die anderen Kinder auch. Und wir sind schon mal zum Ausgang. Es ist ungefährlich, ihr könnt rausgehen. Also wir haben schon mal geguckt, was passiert denn draußen. Es stand ein großer Panzer. Ja, da drauf saßen Soldaten. Man darf ja heute nicht das Wort Neger benutzen. Also dunkelhäutige amerikanische Soldaten. Sie lachten uns an mit ihren weißen Zähnen durch die dunkle Haut, die weißen Zähne. Und sie waren sehr kinderfreundlich und sie riefen uns zu. Kammern, kammern. Schuhengam in Schokolade. Naja, wir haben uns nicht lange bitten lassen. Wir sind auf die Panzer, die haben uns auch die Hand gereicht. Wir sind auf den Panzer gekrabbelt. Ob wir Angst hatten, weiß ich gar nicht. Aber es war so eine Situation zwischen Angst und Befreiung. Oder wir hatten keine Angst mehr, ich weiß es nicht. Und es gab diese runde Fliegerschokolade, Coca-Cola-Schokolade, die die Soldaten so bekamen, um wach zu bleiben. Weil die enthielten Coca-Cola. Und Kaugummi hatten wir auch noch nie gesehen, diese länglichen nach Zimt und Pfefferminz schmeckenden Kaugummis. Wir hatten ja sowas so lange nicht gehabt. Und dann kommt meine Mutter mit ihrem Gepäck aus den Stollen und sieht mich da oben auf dem Panzer sitzen. Sie hat bald einen Schlaganfall gekriegt. Sie hat nur geschrien, komm sofort da runter. Also sofort kommst du hierher. Sie hatte Angst um mich und das war ja für sie ein bedrohender Anblick vielleicht. Naja, also ich bin dann da runtergekommen und wir sind nach Hause gegangen. Wir fanden unser Zimmer, wir hatten ja nur so ein kleines Zimmer. Aber da war, es war auch schon von den Soldaten durchsucht worden. Es war verblombiert mit so einer Papierstreifen, aber wir durften das abmachen. Ja, es war Schluss. Ja, die Freiheit. Der Krieg war eigentlich noch nicht zu Ende, denn es war der 10. April. Die eigentliche Kapitulation war ja fast einen Monat später, am 8. Mai. Jetzt werde ich oft von Schülern gefragt, ja, nun haben sie gefeiert. Na, erstens hatten wir nichts zum Feiern und zweitens war uns auch nicht zum Feiern zumute. Denn es war bei allen die Frage, wo sind die Angehörigen? Wo sind sie und kommen sie wieder? Leben sie noch? Und sie haben ja mit der Befreiung auch zum ersten Mal das ganze Ausmaß des Schreckens. Was sich da im KZ abgespielt hat, gesehen. Wie viele Tote, wie viele Überlebende gab es in diesem KZ? Zwischen 200 und 250 haben sterbend oder aber sehr entkräftet in den Baracken gehaust. Viele lagen auf ihren Pritschen oft zu zweit oder zu dritt und waren dem Sterben näher wie dem Leben. Ein Tag vorher vielleicht, bevor die Amerikaner da waren, hat es schon in dem KZ einen Brand gegeben. Man hat versucht, 600 waren am 6. April, das waren also vier Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner, waren schon 600 noch gehfähige Häftlinge von Alem auf einen Fußmarsch, man kann sagen einen Todesmarsch, nach Bergen-Belsen getrieben worden. Die nicht mehr laufen konnten, 200, 250, lagen wie gesagt in den Baracken, zum Teil dem Tode näher wie dem Leben. Und als diese Baracke gebrannt hat, die ist dann aber gelöscht worden, es ist nicht zum totalen Abbrennen gekommen, wurden einige Gefangene aus dieser brennenden Baracke rausgetragen. Es waren vielleicht acht oder zehn Leute, die lagen einfach so auf der nackten Erde. Es war am 10. April ein warmer, sehr schöner Frühlingstag. Sie lagen da auf der Erde und ich habe noch nie einen Toten gesehen. Ich habe mich sehr erschrocken, diese abgemagerten Gestalten da liegen zu sehen. Ich habe sie mir angeguckt und ich dachte, so sieht ein Toter aus. Aber nein, sie haben doch die Augen bewegt, die Augenlider. Und da habe ich gemerkt, die leben noch. Ganz schreckliche Eindrücke. Ganz schreckliche Eindrücke. Und ich weiß dann, das habe ich nicht gleich gewusst, aber später ist gesagt worden, dass nach der Befreiung, also die Kranken sind ins Heidehaus gekommen, in das Krankenhaus am 12. April. Und von denen, die ins Heidehaus gekommen sind, sind noch 51 Menschen gestorben, die nicht mehr wiederherzustellen waren. Ich denke mal, die auf den Tag auf der Erde gelegen hat, die waren so weit entkräftet, dass die auch nicht wieder lebendig sind. Ganz grausame und schwere Eindrücke. Sie waren ja auch eigentlich noch ein Kind, sie waren zwölf Jahre alt. Wie sind Sie an diese Fotos gekommen? Was haben die für eine Geschichte, diese Fotos? Naja, also die haben wir ja nicht gleich gehabt. Die sind erst viele, viele Jahre später aufgetaucht. Und zwar einer der Befreier mit Namens Vernon Todd hat dieses Lager betreten, hat gesehen, was da ist. Und es gibt einen Ausschnitt, den werde ich gleich mal vorlesen. Er hat das gesehen und er hatte eine kleine Kamera bei sich, eine kleine Box. Es war den Soldaten verboten, zu fotografieren. Aber er hat es doch gemacht. Er hat 18 Fotos gemacht. Er schreibt später, viele Jahre später. Was ich in diesem Lager gesehen habe, war so schockierend, dass ich Bilder nach Hause schicken wollte, um es meiner Familie zu zeigen. Ich machte 18 Fotos von jedem, der in diesem Lager am Leben war. In der Armee hatten wir keine Radios oder Zeitungen, sodass ich nicht wusste, dass Hitler die jüdischen Menschen in dieser Art behandelte. Nach dem Krieg lagen diese Fotos für 50 Jahre in einem Schuhkarton in meinem Keller. Aber es hat auch lange gedauert, bis die Bürger von Alem sich mit dem Thema beschäftigt haben. Ein bisschen unverständlich, denn viele Menschen aus der Umgebung waren ja auch in diesen Stollen geflüchtet. Keiner hat darüber geredet. Es dauerte bis 1987. Sie sind eine der Mitinitiatorinnen des Arbeitskreises. Bürger gestalten einmal und einmal. Wie können Sie sich das erklären? Ist die Menschen so lange geschwiegen? Ja, Alem war damals ein kleines Dorf. Heute ist es ja ein Stadtteil von Hannover. Und es hat damals wenige Leute gegeben. Und die hatten nun also dieses KZ aufgedrungen bekommen. Die wollten das ja vielleicht gar nicht. Und wollten natürlich nach dem Krieg dieses Image nicht gerne haben. Und so haben sie darüber geschwiegen. Wenn man selber darüber gesprochen hat, wurde man mundtot gemacht. Oder es wurde gesagt, das ist eine Nestbeschmutzung. Also Alem war ein Nest. Unsere Tochter hat mal in der Schule darüber gesprochen. Und anschließend musste ich zur Lehrerin kommen, auf eine Tasse Kaffee trinken. Und sie hat mir ganz deutlich gesagt, dass es nicht so angebracht wäre, das im Schulunterricht zum Thema zu machen. Aber Sie haben sich durchgesetzt. 1994 wurde das Mahnmal eingeweiht. Ja, wir haben 1984 angefangen. Und zwar stand in der Zeitung ein Aufruf von den Bürgern, Alem, Darfenstedt, Badenstedt. Das waren christliche, die kamen aus christlichen Kirchengemeinden. Wir wollen uns doch mal damit beschäftigen, was hier vor unserer Haustür passiert ist. Dann haben sich damals 50 Leute gemeldet. Das hat sich ganz schnell reduziert auf 15 oder 18. Wir waren dann eine Gruppe, die sich, wir wurden von Hannover natürlich unterstützt, vom Kulturamt. Wir haben erstmal Konzentrationslager besucht, weil die meisten aus dieser Gruppe sich auch noch nicht damit beschäftigt. Die waren nach dem Krieg geborene. Wir sind nach Bergen-Belsen gefahren, nach Nordhausen. Und dann haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen, wie wir ein Mahnmal gestalten können. Und wir sind mal rumgegangen. Sie haben sich gute Gedanken gemacht. Wir zeigen jeweils ein Foto. Und wenn Sie kurz erläutern würden, was man drauf sieht. Wenn man die Gedenkstätte betritt, ragen Schienen, schräge Schienen in die Luft. Warum haben Sie die gewählt? Das sind Eisenbahnschienen, die noch aus der Zeit der Reichsbahn stammen, also aus der Nazi-Zeit. Auf Schienen sind Menschen in die KZs deportiert worden. Auf Schienen sind die Lohren gelaufen mit dem Gestein aus dem Stollen. Das war für uns also ein Symbol. Das Herzstück der Gedenkstätte ist ein großes Dreieck, was eigentlich in einem vermauerten Nichts endet, sage ich mal. Was wollen Sie symbolisieren? Es sind immer paarweise die Schienen angeordnet. Man geht also durch, kommt auf einen etwas freien Platz. Der Platz ist symbolisch für den Appellplatz. Im KZ mussten die Gefangene oft stundenlang Appell stehen, ganz egal bei welchem Wetter. Sie mussten gerade stehen. Wenn sie nicht anständig standen, wurden sie geschlagen. Und dann auf diesem Appellplatz, auf diesem sogenannten, führen wir auch unsere Gedenkgötesdienste durch. Man kommt dann in, man geht dann etwas bergab nach unten. Das ist auch ein Symbol für den Eingang zum Stollen. Und das läuft spitz zu. Also es gibt keinen drinnen aus diesem Lager. Und wir haben Asphaltplatten, die natürlich symbolisch sind für das Asphaltgestein. Wir haben Platten gegossen und in diese Platten haben wir unsere Gedanken mit Hammer und Meißel geschlagen. Wir hatten einen Kellerraum im ehemaligen Hannomach-Gebäude. Sowohl unsere Männer wie auch die Frauen haben eine Zeit lang, jeden Woche, immer mittwochs, abends, mit Hammer und Meißel diese Platten bearbeitet. Es gibt einen schönen Zeitungsbericht aus der HAZ, den wir mal kurz einblenden. Sie selbst sind dort mit einer Tafel zu sehen, auf der Sie eine große 750 gerade meißeln. Warum? Ja, also das KZ war durchschnittlich mit 1000 Mann belegt. Ich sagte ja schon, 600 sind nach Bergen-Belsen getrieben, 250 oder 200 sind mehr oder weniger übergeblieben. Und diese 750 im Ganzen habe ich in diese Tafel eingeschlagen, 750 Tote. Und diese Tafeln sind ja auch an die Innenseite der Betonwände gekommen. Es sind viele Reliefs entstanden. Wir waren alle keine Künstler, aber wir haben alle versucht, mehr oder weniger so... Ihre Gedanken und Ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ja, wir haben mal gesagt, das Leben und Sterben im Lager. Aber heute hat Ihnen die Geschichte recht gegeben. Es ist eher mehr wie weniger. Es sind 750. Sie pflegen dort auch mit großer Liebe ein Mandelbäumchen. Als einer der Überlebenden aus Israel hier zu Besuch war, Moshe Mitzinski, wurde das Mandelbäumchen gepflanzt. Und ich hatte von einer Reise aus Israel Jordanwasser noch zu Hause. Dann haben wir dieses Jordanwasser, damit haben wir das Bäumchen getauft. Und es blüht immer im Frühjahr, wenn wir da am 10. April zur Befreiung da einen Gedenkgottesdienst haben. Meistens blüht es dann sehr schön. Sie haben mir mal gesagt, die Natur holt sich alles zurück. Wir standen auf dem Gelände, wo die eigentlichen Baracken waren. Da ist jetzt Grün und Wuchert. Es sieht eigentlich recht friedlich aus. Und doch ist es inzwischen ja schon gelungen, die Fundamente eines Teils des Lagers freizulegen. Was empfinden Sie, wenn Sie auf diesen Fundamenten stehen? Also das Mahnmal, was damals angefangen ist und 1994 eingeweiht wurde, ist leider nicht auf dem Originalgelände entstanden, weil das Originalgelände im Privatbesitz war. Wir haben ein anderes Grundstück bekommen, das der Stadt Hannover gehört hat und wir waren damit zufrieden. Aber in all den ganzen Jahren habe ich immer gedacht, die Fundamentreste sind ja noch zu sehen. Der Besitzer hat uns auf das Grundstück gehen lassen oder jedenfalls eine Dame, die dort ihren Wohnsitz hatte. Und auch Überlebende dieses KZs, wenn die aus Amerika oder aus Israel kamen, haben wir dann auf dieses ehemalige Gelände führen können. Einer dieser Überlebenden sagte mal, hier hat die Baracke gestanden, in der ich mit meinem Vater gelebt habe und mein Vater lag eines Morgens tot neben mir. Und auch schon die ganze Zeit vorher habe ich gedacht, man kann doch das nicht so lassen. Man muss diese Fundamentreste, das wenige, was noch zu sehen ist, unter Denkmalschutz stellen. Ich habe das versucht, 15 Jahre lang, immer vergeblich, aber ich bin ein Mensch, der sehr überharrlich ist und dann ist es plötzlich doch gelungen. Vor zwei Jahren war die Stadt Hannover plötzlich daran interessiert. Es wurde ein Pachtvertrag geschlossen, erst mal für 15 Jahre. Danach wird er sicherlich verlängert. Diese Fundamentreste waren überwuchert von Bäumen, die schon ganz schöne Höhe hatten. Von Buschwerk, das ist jetzt alles freigelegt worden und wir planen dort auch ein Mahnmal noch mal wieder zu erstellen, wo zu sehen ist, was war in der Baracke, was war mit dieser Baracke. Sie haben uns einen Plan mitgebracht. Wir zeigen ihn mal, er ist noch gar nicht bekannt. Vielleicht können Sie mal kurz erläutern, was man auf diesem Plan sehen kann, was geplant ist. Ja, also hier sieht man einmal den Umriss des KZ. Man sieht auch, dass hier zum Beispiel ein Teil des KZ-Areals weggenommen ist für den Sportplatz. Da war man sehr unsensibel mit. Und was übergeblieben ist, ist zum Teil auch noch im Privatbesitz. Aber das Wenige, was wir haben, das soll jetzt dokumentiert werden. Da soll man, Besucher sollen daraus entnehmen können, wo haben die Baracken gestanden und was ist da passiert. Also man kommt jetzt von dem Grundstück, wo das Mahnmal steht. Da ist schon ein Tor eingesetzt worden, man kommt also hier rein. Es sind im Ganzen 24 Stationen geplant. Da gibt es auch schon umfangreiche Pläne, wo man, nicht? Und das ist also so ein Lageplan. Man kommt hier rein, das ist die erste Städte, Begrüßungsplatz. Man erfährt, wo die Gefangenen herkamen, nämlich aus Lodz, dass sie auch in Auschwitz waren, dass sie von Auschwitz nach Stöcken gekommen sind, zur Kontinental. Es geht weiter, hier die Zaunanlage, hier die Früh die Wäscherei, das Revier. Und man geht also hier den Weg rum, kommt an der SS-Bewachungsbaracke, die außerhalb des Lagers lag, vorbei. Man kommt hier an der 14. Station, 15., dann wird von der Befreiung berichtet, von dem Todesmarsch. Und nach der Befreiung dann der Aufenthalt zur Genesung im Heidehaus, dann das Gedenken von der Arbeitsgruppe Bürgergestalten ein Mahnmal und so weiter und so fort. Das geht dann also, wie das Mahnmal entstanden ist und so weiter. Also ein umfassender Einblick über das Leben und Schicksal. Man geht also den Weg wieder zurück und kommt hier zum Ausgang zurück und ist dann wieder auf dem Grundstück, wo das Mahnmal ist. Sodass also das Mahnmal jetzt nicht überflüssig geworden ist, sondern es wird ergänzt durch das Originalgelände. Frau Gröne, man merkt, wie Sie für dieses Projekt glühen. Jeder weiß es, in der Stadt, in der Region, Sie wurden vielfach ausgezeichnet. Zu Ihrem 80. Geburtstag haben Sie für Ihr hohes Engagement das Bundesverdienstkreuz bekommen. Glauben Sie, dass so etwas Schreckliches wie im KZ Alem passiert ist, noch mal wieder passieren kann? Ja, auf jeden Fall. Das kann immer wieder passieren. Denn Menschen lernen nicht aus ihren Erfahrungen. Das liegt vielleicht im menschlichen Wesen. Ich glaube, dass so etwas jederzeit wieder passieren kann. Wenn das nicht so wäre, brauchte ich ja auch nicht bemüht zu sein, nicht nur den jungen Leuten, sondern auch den Eltern, die auch von den heutigen Schülern auch nicht viel wissen. Also dann brauchte man sich nicht zu bemühen, man brauchte auch keine Mahnmale zu setzen und keine Gedenkfeiern zu machen. Dann würde man sagen, das Kapitel ist ein für alle Mal erledigt. Das wird der Menschheit nie wieder passieren. Sie wären jetzt 82 Jahre alt. Heißt das, dass Sie die restliche Kraft, von denen der liebe Gott Ihnen hoffentlich noch viel schenken wird, auch einsetzen werden, um weiter gegen dieses Vergessen zu kämpfen? Ja, solange ich die Kraft habe, solange ich es kann, solange die Mitstreiter im Arbeitskreis, Bürgergesteiten ein Mahnmal, mich noch verernst nehmen und nicht sagen, du kannst eigentlich jetzt aufhören, setz dich mal zur Ruhe. Aber dann würde ich merken, dass ich vielleicht ein bisschen Alzheimer kriege oder sowas. Dann würde ich natürlich sagen, ich gebe euch das, also ihr seid so gut und ihr macht das so in meinem Sinne und ihr macht das so schön. Da kann ich ganz befriedigt auch mal nicht kommen. Dann würde ich noch zu den Veranstaltungen gehen, aber vielleicht nicht mehr so aktiv. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Kraft, auch im Sinne aller Menschen hier in Hannover, die durch Sie so vieles erfahren, dass Sie noch lange gegen das Vergessen eintreten können. Ich hoffe, ich hoffe. Danke, dass Sie da waren. Bitteschön, habe ich gern gemacht. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.